schönen guten Tag war zwei Sekunden zu früh interesting zu einer Folge Punkt vier undibilidad hey der Höle sănzolmen Ballabflöten Pasteur und schnell unten dem Pater offen cient von dem solo abbreit èro wie er angst ca.a. da Mogi, du bist eklig. Komma, aufstehen. Aufstehen. Komma, steh auf. Los geht's. Wie du bist. Ach ja, ähm. Ich nehm hier die Führungsposition ein bei uns. Ha, wer's glaubt. Ich bin hier der Gründer der Night Family. Ja und dafür bin ich. Hä? Ihr habt alle keinen Plan. Ich bin Mogi, also. Außer im Spiel schon Poker. Da habt ihr noch in die Wände gemacht. Pokémon. Das weißt du doch gar nicht. So, wer nimmt jetzt welches? Dürfen wir schon direkt nehmen? Ja, wir nehmen. Einfach mal kurz, oder? Ne, dürfen wir nicht. Müssen wir jetzt erstens hohe Gras laufen, oder was? Stimmt ja. Oh, das ist so cool, zu dritt. Ich liebe es immer noch, dass man online... Ich mein, online und zu dritt und... Oh, das ist ein Litzer. Oh nein. Don't go out. Oh mein Gott, da kommt Dr. Oak. You need Pokemon for your protection. Warum ist der so schnell? Warum ist der so schnell? Ja, weil der, ähm, Träter hat. Nein! Warum bist du immer so weit vorne? Nein! Ich? Ganz ruhig. Ja... Kumar. You're sickless. Oh, bei mir ist es Mogi. Bei mir ist es Kumar. Und Mogi bei dir? Weiß ich nicht. Du hast wahrscheinlich Ivory eingegeben. Ja. Ja, das bin dann ich. Oh, du bist gemein. Plus war Ivory halt schon vergeben. Ernsthaft, meine Freundin benutzt grad nen Mixer. Ja, die macht nur Melade. Ich weiß, hört man das? Ah, guck mal, da ist Pulver... Ja... Wie kann ich die angucken, ohne dass ich was fasse? Ah! Okay, ich muss Visasame nehmen. Ich hab die, äh, ich hab das Würfeln verloren. Ich hab Shiggy! Shiggy, my sweetest Pokémon. Ich liebe Shiggy. Oh mein Gott, Shiggy. Egal, Visasame ist besser als, als, als. Als alle, das ist klar. Nein, Shiggy ist das geilste Pokémon von allen. Kumar, wait sickless. Let's test our Pokémon. Jetzt darf ich gegen den verlieren, weil der natürlich immer das Bessere nimmt. Das ist immer so. Ich gewinn jedes Mal. Ja, kommt halt drauf an. Wenn du Glück hast, hast du Glück. Aber ich mein, Wasser gegen Pflanze ist nicht so gut. Er hat sowieso keine, äh, Pflanzenattacken. Oder Wasserattacken. Ja, es gibt nur Tackle. Aber er fängt halt immer an mit Tackle, und deswegen ist das halt scheiße. Genau. Wetten, ich wetten, dass ich jetzt verliere? Hey, klar, was was sonst? Dann werde ich gewinnen. Oh. Wir müssen uns gleich, äh, bebetteln. Vielleicht gegen mich? Ja, erst später. Okay. Später, ach ne. Oh. Ich glaube, ich und Mogi haben direkt einen Pfeil. Man weiß noch, als wir Kapador gegen Kapador gekämpft haben? Ja. Nein, ich hab verloren. Ich hab gewonnen. Mein Sonn. War so klar. Aber guck, der fängt an. Ich hab gewonnen. Und dann hat er seit der Zeit mal geschlagen. Ey, Alter, wieso habt ihr alle gewonnen? Ich verliere immer. Immer? Ich will immer. Was lässt du denn ein? Ich setze die ganze Zeit nur Tackle ein. Ich setze auch die ganze Zeit nur Tackle ein. Ich... Ich... Und ich setze immer nur Kratzer ein. Muss ich jetzt ins Poké Center? Ich hab mich links hinstellen, Leute. Ich bin einfach in die Mitte gegangen. So, wo seid ihr jetzt? Wir sind gerade aus Professor Ice Dingens. Oh, da bist du ja. Zieh dein Pokémon da rechts, äh, aus dem Dingens raus. Ja, ja, ich weiß. Und dann geht es hinterher. Ja. Juuu. Ah, gluck, gluck, bla, 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 bla. Gluck, gluck, ja. Das ist schön. Ja, das ist schön. Gluckst du? Natürlich komme ich direkt in den Fight. Aber instant. Ja, obwohl wir jetzt sagen, wir leveln jetzt unsere Pokémon ein bisschen, bis wir weitergehen, oder? I don't know. Wir könnten auch direkt durchbrechen. Und dann leiden wir uns gegenseitig unsere Pokémon und dann gewinnen wir. Ja, genau. Ihr wollt alle nur mein Shiggy, damit ihr beim ersten Orden schneller weiterkommt. Mit dieser Samen schafft man das auch. Pflanze ist effektiv gegen Stein. Nein, Wasser ist effektiv gegen Stein. Pflanze ist auch sehr effektiv gegen Stein. Locker nicht. Willst du es googeln? Wollen wir die Aufnahme pausieren und du googelst es? Nein. Nein, dann startet er wieder zu früh und du zu spät und, äh. Ja, du warst einfach, Kumal ist halt immer zu früh. Schreib's doch einfach in die Kommentare, Leute. Was ist effektiv? Wasser ist effektiv gegen Stein. Ja, aber Pflanze auch. Kumal stimmt das, bist du wirklich immer zu früh? Kumal? Jo. Wieso sollte es? Also es kann sein, aber es ergibt überhaupt keinen Sinn. Tut's auch nicht, aber es ist so. Vielleicht die Feuchtigkeit in den Blättern, ich hab keinen Plan. Es ist einfach so. Ja genau, die Feuchtigkeit in den Blättern und die Feuchtigkeit in deiner Hose. Ohhhh. Ich hab das Gefühl, ich sterbe gleich. Ah, ich auch. Ich nicht. Ah ne, ich überlebe's. aber ich darf muss jetzt immer aus den kämpfen pflichten nein oh ja ich bin durchgekommen ich bin extra noch mal zurückgegangen um in einen Kampf reinzukommen weil ich noch fast full life bin ja ich bin schon Level 7 what the fuck alter habe ich irgendwas wo mir auch beide Attacken sind daneben gegangen von dem Gegner von mir und ich hab schon meine erste Pflanzenattacke also meine Attacke geht daneben und der Gegner trifft. Wieso geht ihr meine Attacke jetzt zweimal daneben? Ich bin Level 5 erst und du bist schon Level 7 ich bin auch schon Level 7. Achso ich hab jetzt EGELSAM in wie viel Fights wart ihr schon? Ich mach ein dritter jetzt. Helm, ihr seid schon Level 7 was seid ihr für Wichser? Tja was wirst du für ein Boon ich bin halt Pokémon Oberpro. Ja meins alter. Gut dass du die Führung übernommen hast. Ja okay gut was für Level waren die? Wieso geht meine Attacke die ganze Zeit daneben? Das check ich nicht. Jetzt verliere ich sogar wenn meine Attacke jetzt daneben geht. 4 und 2. Ja meine waren beide Level 2. Achso ich hab gar nicht drauf geachtet welches Level die Gegner haben. So jetzt muss ich aber zum Focus Center weil meine Attacke dreimal daneben gegangen ist. DREIMAL! Ich wurde vorhin niedergedamaged. Aber egal ich bin trotzdem besiegt. Du kannst ja schnell mal im Chat fragen. Ist dein Englisch so gut dass du das fragen kannst? Ja. Wir müssen hier oben zum Pokémon Markt und von dort aus ein Paket für Professor Eichert vollen. So nebenbei ne? Machst du das schon? Naja ich bin jetzt nur im Pokémon Markt. Und dann gehe ich gleich runter und level wieder im hohen Gras bis ich wieder fast tot bin und dann gehe ich zu Professor Eichert. Und habe mich bei der Mutter wenn man sich hier bei Pokémon dort überfallen kann. So habe ich das? Back? Ja ich habe das Paket für Professor Eichert. So jetzt level ich mit euch wieder weiter im hohen Gras. Ich bin ja schon ein bisschen weiter als ihr. Hohohoho. Johohohoho. Was ist das mit? Ja Level 9. Level 9? Willst du mich veralbern? Nein war Spaß. Du hast gerade so dreckig gelacht dass du weiter als ihr seid. Deswegen habe ich das gesagt. Äh Jo was für ähm was war was mit Pokémon Eich? Äh Dr. Eich. Wir müssen zum Pokémon Markt. In den Markt einfach reinlaufen und dann bist du schon angesprochen. Wir müssen ein Paket für ihn abholen. Achso ja ja das weiß ich. Wollten wir 20 Minuten 30 Minuten Folgen machen und danach die Aufnahme kurz beenden bevor wir zusammen in den Ausschalten müssen. 20 Minuten Folgen. Bei Pokémon ist sehr leicht zu rendern und sehr leicht zum hochladen das ist. Sehr leicht. Und weil es immer so langatmig ist denke ich mir ich mach 30 Minuten aber da wird sie langatmiger. Weil es ja noch länger dauert die Folge. Also I don't know. So ich geh jetzt noch mal kurz ins Pokémon Center dann geh ich in den Pokémarkt und dann. Einfach voll garstig von euch das ist schon Level. Ich bin grad mal Level 6 jetzt also ich bin jetzt fast Level 7 aber trotzdem. Hm. Ich weiß nicht war nach drei Kämpfen einfach Level 7. Gar nicht drauf gar. Achso weil wir den ersten Kampf gewonnen haben gegen Gary. Wahrscheinlich ja. Das war ein Level 5er Gegner. Stimmt. Ja und warum hab ich den nicht gewonnen? Was ist das? Alter ich habe ja nichts anderes gemacht. Ich habe die ganze Zeit nur Tackle eingesetzt. Tja. Kein Pokémon Glück. Kein Pokémon Glück. Gut. Aber jetzt geht es schlimmer. Stell dir mal vor mein kleiner Bruder hat die Top 4 durchgemacht und war in der Hellen Liga und alles drum und dran. Der Scheiß halt. Und hatte bis zum Ende einfach kein Fahrrad weil er nicht wusste wo er es herkriegt. Aber kann vor dem zweiten Orden kann er ein Mewtwo fangen. Ich weiß nicht wie er es macht. Er kann es einfach. Und ein Rizuross auf Level 100 kann er sich einfach fangen. Ich bin jetzt Level 8. Ich weiß nicht wie aber er kann es einfach. Aber er wusste nicht wie man ein Fahrrad kriegt. Oh mein Gott das Tattoo. Aber er schafft es einen Mew zu fangen. Respekt. Erst recht mein Pokémon entwickelt sich ja schon vor eurem. Euer entwickelt sich auf 16. Meint auf 14 oder 12 schon. Ja dafür sieht es aus als würde es schimmeln. Na. Findest du? Ich finde dieser Sam voll süß. Jetzt bin ich auch Stufe 7. Ich bin ein bisschen spät. Oh ich bin schon Stufe 8. Aber ich habe nur 5 Leben. Wieso bin ich in diesen Kampf gegangen. Aber egal. Die sind alle 2 Hits. Wenn der mich jetzt nicht killt. Nein mit einem Leben überlebt. Tackle. So. Wenn die Attack daneben gegangen wäre hätte ich euch alle verflucht und geschrien und geheult. Ich wäre weggegangen. Ich hätte die Aufnahme gelöscht. Dein Kanal. Alle Videos. Ah ja. Alle meine 400 Videos einfach weg. Klar. Zu krass. Ich habe schon 400 fucking Videos hochgeladen. Ich hoffe ich sehe dich wieder. Ja ja. Sie ist voll geil. Warum ist eigentlich mein Ton? Hörst du Musik gerade oder was? Nein mein Ton ist einfach... Achso. Besser. Sorry. Ich hatte keinen In-Game-Ton an. Ach. Puh. Ja ich habe auch keinen In-Game-Ton an. Das ist nämlich so fucking laut. Da kannst du ja auch leiser pegeln mit deinem Lautstärke im Mixer. Ja aber das ist am Herzen zu richtig krass und wenn ich euch dann noch verstehe ich euch nicht mehr und... Ich hoffe die Lautstärke geht. Und wenn nicht habe ich voll verkarrt. Meinen Hintergrund-Sound hört man sowieso. Bei mir kommt es immer so laut vor. Und entweder ist es viel zu laut. Oder man hört es gar nicht nur über das Herzen. Wenn man das Herzen aufhört hat dann mal meine Videos gut hört man. Wisst ihr schon was euer das erste Pokémon ist was ihr fangen wollt? Ja klar. Ähm Nidoran männlich. Ja. Und wieso? Weil ich mir immer eins hole. Weil ich Nidoran mag. Und ein Carpador. Ich werde es kaufen von meinem Händler. Mach ich auch immer. Von diesem Händler nach Rokos Kampf-Ding. Ich bin Level 9. Ich bin Level 8. Aber ich werde euch in der Höhle werde ich euch eh alle einen holen. Na heute was ihr Pokémon habt. Achso ja stimmt. Ja ja dann. Ja stimmt. Mies. Aber Pflanze ist ja auch effektiv gegen. Ja feuer auch nicht. So. Seid ihr schon bei Professor euch? Nein. Ich habe mich gerade noch gefeiert und ich weiß gar nicht warum. So. Ich bin auch noch im hohen Gras. Also nicht dass wir jetzt weitermachen ohne das. Ich würde sagen wir machen bis. Na nicht mit Level 10 oder so. Ja egal. Ich glaube. Ich laufe jetzt runter zu lockt Dr. Eich. Da wäre praktisch langsam. Hm? Ja. Ja langsam praktisch. Ich laufe aber durchs Gras. Wir treffen uns einfach bei Dr. Eich vorne dran dann. Ok. Ok ich stell mich davor und warte. Oder ich geh noch mal ins Gras um es zum Kampf zu kriegen. Ich gehe auch noch Dr. Eich dann jetzt. Ich stehe eben vor dass im Gras wo man bei Anfang nicht rein gehen darf. ich glaube ich habe eine neue attacke ja das kann ich nicht was gerade intoxicated gebombomt nein den topmelodie oder so undeutlich ja wenn wir uns ein intro machen oder eher nicht können wir machen weiß es nicht ob man von dem youtuber der musik macht sich einfach mal ein mogi ist auch unten ich bin auf dem weg dahin also ob man wohl von dem youtuber der musik macht ich kann einen der hat richtig richtig geil pokémon gesungen auf englisch ob man sich davon einfach ein stück ausschneiden darf und genau da man macht einfach ein eigenes intro nein es geht mir um die musik einfach da musst du nicht ob ich fragen wenn du das vom anderen youtuber denn das selber macht er hat ein paar millionen abonnenten das muss ich glaube nicht dass er meine attacke sehen würde genau meine antrage sehen würde und so mogi ist da ich bin gerade noch infight jetzt hier auch dann gehe ich auch noch mal kurz infight oh cool ich bin infight verstummt oh level 2 er geht ja das ist doch lame standard und dann stirbt es nicht mal one hit echt an mir schon level 9 ui und level 10 nein doch nicht okay los geht's warten auf mogi wir warten nur auf dich immer wieder immer auf die andere war zu sagen wir werden sowieso bei der arena gespielt erwarten müssen wahrscheinlich welches pokémon hat sich ich hatte ein chigi und du hattest ein mogi hat und die man da und er ist nicht bei rocker durchgekommen er braucht die tm dann schafft und diese eine fähigkeit dann ist voll die heißt die heißt die seine fähigkeit die kümmernde erlernt ich weiß noch nicht mehr wenn blut mit blut geht's gut also das kann das hat sich gereimt oder sollte es nicht du kannst auch diese leute die immer so einen like spruch haben ja ja ich und mogi waren alle lassen überlegen was ich schon leute machen könnte bringen könnte ich will eigentlich kein machen aber trotzdem haben wir überlegen und ich bin irgendwie bei level let it like hängen geblieben obwohl das ultra behindert ist nicht wenn du einfach den normalen songtext also so ähm mit melodie und alles und dann singt die normale stimme du kannst das ja auch mit so einem programm machen und dann singt die wirklich einfach nur let it like oh nein es regnet was ich nicht checke ja das finde ich so cool dass es manchmal regnet und verweist hat auch cool ähm mogis name wird mal grün angezeigt Jan seiner nicht ja wir sind keine freunde doch hier sich hat doch eine freundschaftsanfrage geschickt er hat sich angenommen ich hab's dir angenommen ich will ich mach's dir einfach aber ich bin fast tot weil ich mach's dir auch und weinig mit zu einigen mehr was alle lühe hallo juli hat hat er nicht gebracht Mal zur Back, haben wir schon Pokébälle? Ja, wir haben 5 Pokébälle, wir könnten jetzt schon Ja, aber ich fange hier keine Pokémon Hab ich auch gerade gedacht, warum sollte ich mir sowas fangen? Ich hab das Catch-em-All-Fieber Weil ich will mir wirklich alle schnappen Ich will der beste sein, wie keiner vor mir war Ich ficke dich ohne Kondom, ich kenne die Gefahr Du hast doch Spaß, hat er nicht gemacht Alter, ich laufe zwei Schritte und komm wieder in Kampf Das Ganze dann, weit und breit Irgendwie wollte ich noch einen Fist-Song singen Fist-Song? Ja, P4P Mit Pokémon so Ich will der allerbeste sein Der gefürchteteste im PvP Ganz allein pisst ich sie weg Ist das in der Art? Achso, ja, natürlich Ich weiß, es wäre ultrabehindert, aber Es wäre ultrabehindert Es wäre ultrabehindert, aber Wann kriegen wir eigentlich die Superträter? Eigentlich müssen wir sie direkt schon haben Von der Mutter jetzt, bevor es losgeht Echt? Eigentlich, sollen wir nochmal runtergehen? Klar, von der Mutter bekommen wir auch eine Karte, Leute Äh... Nochmal alle zur Mutter! Hey Mama! Okay... Und Kampf! Oh Mama! Und ich bin fast tot! Und Kampf! Warte, ich hab noch sieben Leben ungefähr, ja, ich hab genau sieben Leben, sollte ich in diesen Kampf reingehen Mann, ich geh in hohe Gras und genau das erste Schritt ist ein Gegner Bei mir genau der letzte gerade Bei mir auch ungefähr, ich weiß nicht, wo ich genau stehe gerade Oh, der zieht mir zu viel ab Der zieht mir vier ab Wenn ich jetzt, wenn mein Attack jetzt fehlt, die fehlt nicht, okay, alles gut Jetzt kann ich nicht mehr in den Kampf gehen Das würde ich sterben Na mal, ist sie da In dem Haus oder in dem anderen, irgendjemand gibt uns ne Karte, ich weiß nicht mehr Oh, sie halten mich Trotzdem keine Powerträter Ähm... Warte, was ist jetzt die nächste Aufgabe, wir haben den... Wir haben den... Warte mal, ich muss das mal... Ja, hier liegt ne Karte Beim Nachbarhaus liegt ne Karte Gib die Mama einem irgendwas Die Halt ein Im Nachbarhaus kriegt man aber jetzt die Karte Aber immer noch keine Turboträter Die kriegt man erst später, wenn man dann in das nächste Start So, auf F1 gelegt So, auf F1 gelegt Was hast du auf F1 gelegt? Wozu braucht man ne Karte? Ob wir die Web nicht kennen würden Ob wir falsch gelaufen Nein, nicht falsch gelaufen Ich hoffe immer noch auf Kämpfe dabei Und ich komme in einem Rutsch durch, stimmt Aber auch auf Kämpfe gehofft Oh ne, ups Ah, Kampf Oh nein Also ich gehe schon mal in den Betanien-Kampf Erst recht weil da hier stärkere Gegner sind Aber vorher hol ich noch ein paar Tränke Ich weiß, dass hier in der Ranke Hinter der Ranke Ein Trank ist Kostenloser Und in der Tasche müsste ich auch noch einen haben Warte, 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 das will ich auch Das will ich auch, das will ich auch, das will ich auch Irgendwas ist kostenlos Habe ich keine Tränke? Ich muss eigentlich noch einen krank haben Achso, im PC war einer gewesen Habe ich in den PC geguckt, wäre da ein Trank gewesen Aber hier ist auch noch einer Wo bist du, wo bist du, wo bist du, wo bist du, wo bist du? Ja, zeig' ich dir Warte Links vom Poké-Center Ich bin gerade beim Poké-Center Link davon Hier, oben Na auf mich Na da Ich seh' dich So, jetzt nach links laufen und da oben zwischen Berg und Zaun hochgehen Ey, habt ihr schon mal einen YouTuber in seinem Video jemals niesen gehört? Äh, ja Ja Außer, außer GLP bei einem von seinen letzten Videos Ja, hab ich schon ein paar haben, warum? Ich noch nie Ich hab, GLP war der erste YouTuber, den ich gehört hab, die er im Video nie ist Aber ich hab nicht genug Geld, um Tränke zu kaufen, wie viel hab ich denn? Ich hab nur 800, waaaat? Ich mach 80 Dollar, waaaat? Wie viel kostet das? Ja, 150 Okay, ich hab null, irgendwie Irgendwas mach ich falsch, neben dem Spiel Du hast den Kampf gegen Gary verloren Ja, stimmt Max Das kommt mit mir jetzt voll zum Verhängnis Du hast den Kampf gegen Gary verloren So wird meine Folge heißen Du hast den Kampf gegen Gary verloren Nein, sie nenne ich meine Folge Okay Ich nenn meine Ein neuer Anfang Ein Neuanfang Schon wieder angefangen Also, wollen wir jetzt die Aufnahme beenden an dieser Stelle? Wie lange nehmen wir schon auf? Ich weiß ja nicht, du hast die Zeit Ich hab die Zeit Du musst mir Kentati auf Du musst die Zeit haben Ja, wir haben schon 20 Minuten Okay, ich bin im Betanierwald Hast du die nur auch eingegangen? Ja, ich bin noch am Anfang Moment Ich komm noch zurück und dann beenden wir die Aufgabe Die Aufnahme Warte, bist du an mir vorbeigelaufen? Ja, aber nicht Warum? Nein Okay, während ihr hier hochkommt Mach schon mal die ersten Kämpfe Na Weil ich in den Wald oben wollte Da oben kann auch Oh, ein Raupi Wollte ich mir ein Nein Raupi, die sind extrem stark Ich würd's machen Ich hab mal einen Dummesel mit Eisen und Protein vollgepunkt Ich hab aus dem Shop ganz viele starke Attacken wie Hyperstrahl und so geholt Da hab ich glaub, Hyperstrahl konnte er gar nicht erlern Was hat er das erlern? Ich weiß gar nicht Trotzdem war es ultraschwach Aber ein Dummesel halt Es ist halt ein Dummesel Es ist so ein Mogipokémon Das ist aber... Ja Das ist aber auch Spaß mit Raupi an, ne? Hurenzon Wer ich in Pokémon? Wer heißt Hurenzon? Wie Ann sagt Ja, das habe ich Ich würde jetzt ein Pokémon so nennen Aber das wäre ja irgendwie gemein Alter, wir benennen keine Pokémon nach unseren Freunden Doch, klar Ich mein, wenn ich ein Upsoul fangen würde, würde ich es Herold nennen Ja, okay Weil das passt irgendwie Und was wäre ich? Hurenzon oder was? Nein Okay, gut Von den Pokémon, die es alle gibt, wäre Mogi ein Anton Ich weiß nicht, er wäre eher ein Carpador Aber Carpador wird sogar gerade los Er wäre ein Anton Ich wäre ein Anton, ganz sicher Aber Anton ist auch cool und stark Erst recht, weil es Buster's Psycho ist Was wäre ich? Guck mal, wie Mogi weitermacht, ne? Wir wollen die Folge beenden Er macht einfach weiter Wir wollen die Folge beenden Komm her Das macht er immer Das macht er immer Komm, put, 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 put Dann beenden wir jetzt die Folge Ja Wir haben einen anderen Typen gefunden mit dem Glumander Da, Mr. Virus goes Guck mal Dein Marot muss vor dir sein Alter, der soll sich aber Der soll abgehen, Mann Okay, dann so So, dann beenden wir hier jetzt die Folge Nehmen wir jetzt gleich noch ein paar andere auf Und dann sieht man sich bei der nächsten Folge von PokerMMO Und nicht vergessen Let it like Let it like Das hat er nicht gebracht Nein Tschüss Ich bin nicht dumm Es wird keine Folge mehr bekommen von mir Was lief ich? Schaut mal, komm auch vorbei Extra Extra ist disliken Jeder disliket ja an seinem Video Wegen dem let it like Ich schicke sie alle dazu, dass sie dein Video disliken Dann hab ich ein paar Aufrufe Level up Haut rein, ciao 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 Ciao